Musik Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe der Schmökerkiste. Aber heute sehen Sie mich mal als Solisten. Es hat einen einfachen Grund. Ich kann mich erinnern an Bertolt Brecht und seine Verszeilen. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach noch einen zweiten Plan, gehen zu und sie beide nicht. Ich habe heute also die Freude, Ihnen allein etwas aus einer alten Bücherkiste zu kramen. Und muss ich Ihnen sagen, das geht um einen Dichter, den kein Mensch kennt. Ich kann überall rumfragen, wo ich will. Es wird kompliziert. Er heißt Johann Gottfried Schnabel. Und wenn Sie in einem Literaturlexikon auch der neuesten Ausgabe nachsehen, werden Sie feststellen, da stehen noch nicht mal richtig die Lebensdaten dort. Es ist ein Mann um 1692, da ist er wenigstens halt geboren, und dann so in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und der ist wichtig. Das ist einer der besten Erzähler zwischen Grimmelshausen, Simplicius Simplicissimus und Goethe mit seinem Werter. Also dazwischen gibt es nur einen einzigen, und das ist dieser Schnabel. Und der schreibt in Stolberg im Harz. Heute haben wir so viel Zeit, da kann ich mal sagen, wie komme ich eigentlich darauf, den gelesen zu haben und mich mit ihm zu beschäftigen haben. Dazu muss man ganz einfach sagen, durch den Zufall. Es ist ja, wenn man älter wird, plötzlich festzustellen, das meiste im Leben, was man so getan hat oder was man erlebt hat, war doch mehr oder weniger Zufall. Und das hat sich dann von sich aus entwickelt. Bei mir war das auch so. Ich habe in Halle studiert, und im musikgeschichtlichen Seminar war ich gerade dran gewesen, hatte irgendwas über Bach und brandenburgische Konzerte zum Besten geben müssen. Und deshalb war ich so am Ende des Semesters der Meinung, na gut, kann dir nicht mehr passieren, du hörst jetzt gar nicht zu. Schmidt ist ziemlich am Ende des Alphabets, und jetzt fangen die wieder von vorne an. Also vor Weihnachten hast du ja nichts mehr zu sagen, geschweige denn, dich darauf vorzubereiten. Und ich weiß noch heute ganz genau, ich habe am Fenster geguckt, da die ehemalige Lehmannsche Villa in dem Park. War alles so schön, Ferienstimmung. Und dann sahen sich mehrere zu mir um und sagten, bist doch irgendwie aufgerufen worden. Und das hatte ich gar nicht mitbekommen, um die Wahrheit zu sagen. Und tatsächlich hatte der schon wieder Schmidt beim Wickel. Und ich hatte jetzt ein neues Thema, das sollte ich jetzt bis zum Ende des Semesters noch abhandeln. Und zwar ging es um das barocke Gesellschaftslied. Ich hatte davon so wenig Ahnung wie Sie und vielleicht haben Sie sogar noch mehr. Also ich hatte nichts, es wurde mir gesagt, im Lehrbuch steht was drin und dann haben wir ja eine Universitätsbibliothek, bin ich hingegangen und habe gefragt, ich suche Gesellschaftslieder. Ja, was ist denn das? Und dann habe ich das geklärt. Es sind Dichtungen, die man so eigentlich im Familienkreise herstellt. Und zwar zur Taufe, zur Hochzeit und zur Silber und Hochzeit und was da alles gibt. Und auch wenn man stirbt, da braucht man zwar selbst nicht mehr zu dichten, aber die Verwandtschaft ist da am Bemühen. Und ja, davon hat die Universitätsbibliothek in Halle jede Menge. Die haben mal irgendwie tüchtige Sammler gehabt und ich habe gesagt, wenn Sie mir erst mal ein Konvolut geben, genügt mir. Die waren alle so stark. Und zwar hatte irgendein Sammler oder mehrere, alle diese Glückwunsch- und Todesgedichte immer mit Leim bestrichen und aufeinandergeklebt. Denn normalerweise haben sie nur vier Seiten. Die sehen dann so aus, wenn sie noch einig einmal richtig gebunden sind. Also das Wichtigste ist der Titel. Und da steht erst mal ganz genau drauf, wer da überhaupt gestorben ist. Also hier ist es Friederike Elisabeth von Bismarck. Und nun wird alles aufgezählt und gebracht, was in ihrem Leben Gutes war. Und jeder von der Familie fühlt sich verpflichtet, auch noch ein Gedicht zu schreiben. Der Pfarrer natürlich, das ist hier der von Orksförde und Letzlingen, muss es Latein machen. Das ist natürlich gut. Hier ist auch noch ein Lateiner. Haben auch Deutsche. Natürlich jede Menge. Hier sehen Sie, die haben die bestimmt nie selbst geschrieben. Der Pfarrer hat die gleich mitfabriziert. Wer schreibt hier, so weinet und winselt über das traurig Zurückbleiben der selig verblichenden Mama Anna Dorothea Renata von Alvinsleben. Also ich vermute, das ist die zweijährige Tochter. Und nun kann sie winseln. Und solche Dinge, nicht immer so stark, meistens wie gesagt nur vier Seiten, besaß die Bibliothek. Und ich sollte aber die heraussuchen, die man singen konnte. Und das ist hier drin auch möglich. Da sind zwar keine Noten da, sondern da hat man irgendwie ein Liedchen genommen, das im Gesangbuch stand und hat nach diesem etwas gedichtet. In dem Wesen hier auf Erden ist beständig Unbestand. Alles, was gezeigt kann werden, ob gleich Fleiß wird angewandt, muss verwesen und versehren. Seinen Tod kann es nicht verwehren. Also bei der Hochzeit war es ein bisschen anders. Da waren die letzten Verse immer, wir hoffen, dass in neun Monaten die Familie größer geworden ist. Und da habe ich gesucht. Und da muss man sagen, so auf 30, 40 Drucke kommt tatsächlich einer, der auch Noten hat oder angibt, welche Melodie dazu gesungen wird. Und da ist etwas sehr erstaunlich. Diese Gedichte stammten aus mitteldeutschen Städten, auch sehr kleinen manchmal. Und man fragt sich unwillkürlich, jedenfalls ich als unbedarfter Student, war das nun eine Mode oder musste man das tun? Ja, man musste das tun. Denn wer sich zu dieser gebildeten Schicht zählte, der musste auch reimen können. Ich werde nicht sagen dichten, aber nach so einem Muster musste das schon gehen. Und da habe ich festgestellt, sehr viele kamen aus Stolberg. Und das war mir, ehrlich gesagt, nicht so klar. Stolberg war ein selbstständiges deutsches Land. Und davon gab es sogar zwei. Einmal Stolberg, Stolberg und Stolberg-Rosslar. Und jetzt kann noch ein ganz schlauer sagen, er hat da eins wieder vergessen, Stolberg-Wernigerode. Das waren selbstständige Länder. Und da habe ich mal nachgelesen, wieso die so viel gedichtet haben. Ja, sie hatten eine höhere Schule, wenigstens in Stolberg. Die hatten auch einen Kapellmeister in der Schule. Der musste mit diesen Schülern singen. Der musste auch über Land mit dem Chor und den Instrumentalisten ziehen. Und dann habe ich mal nachgesehen, von Stolberg zur Beerdigung nach Eisleben. Das sind fast 50 Kilometer. Das möchte ja so heute keinen Schüler mehr zumuten. Und vielleicht haben sie damals ja auch einen Pferdewagen gestellt bekommen. Alles andere ging ja nicht. Und die bekamen aber dafür Geld und zogen dann eben wieder zurück. Und das hat für die Leute damals eine große Rolle gespielt. Und da steht plötzlich drunter, dass da sogar ein Dichter lebte, der allerdings Kammersekretär und Kammerdiener war. Und der Mann heißt Johann Gottfried Schnabel. Und das ist dieser wichtige Dichtersmann, auf den wir in unserer Literaturgeschichte gar nicht verzichten können. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin in der Johann Gottfried Schnabel-Gesellschaft sogar, die schon 20 Jahre existiert. Und wir haben sogar Mitglieder in Japan oder in Frankreich. Denn ins Französische ist das Hauptwerk von Schnabel auch vor einigen Jahren übersetzt worden. Es heißt die Insel Felsenburg. Wie ist der Mann zum Dichter geworden? Wie ich schon gesagt habe, Zufall. Er ist geboren in Sandersdorf. Das ist ein Ort bei Bitterfeld, von dem ich vermute, dass er nach der neuen Gemeindeordnung da schon eingemeindet ist. Und der Vater ist früh gestorben. Der Großvater, auch Pfarrer, hat sich darum bemüht, hat ihm ein Stipendium besorgt. Und zwar reiche Leute gaben ja solchen Ausbildungsstätten. Geld, damit auch Schüler aus, sagen wir mal, armen Gesellschaften oder armen Familienlieber oder aus der niederen Gesellschaften, die aber intelligent waren, ausgebildet werden konnten. Johann Gottfried Schnabel ist an der Schule von August Hermann Franke in Halle an der Saale ausgebildet. Und wie lange, das wissen wir nicht ganz genau. Aber es war natürlich so, er hat sicher sehr fleißig da gearbeitet. Er hat sich auch sehr viel Wissen aneignen können. Sie brauchen ja heute nur mal die frankischen Stiftungen zu besuchen. Und da vor allen Dingen ihre Kunst, Raritäten und Wunderkammern. Dann sehen Sie, so einen anschaulichen Unterricht konnte man kaum an einer Universität erreichen. Aber die Missionare, die Franke ausgeschickt worden waren, zum Beispiel Türkei bis nach Sibirien und in anderen Ländern sowieso, die brachten so etwas alles mit zurück und das wurde dort gesammelt und hat sich wie ein Wunder erhalten. Also Schnabel hat so etwas schon gesehen, ohne dass er in Hinterindien war. Aber er hat das irgendwie in seinen Büchern verarbeiten können. So, jetzt geht's los. Jetzt hat er die Ausbildung, Schulausbildung ist in Ordnung. Er kann Lateinisch, er kann auch schon ein bisschen Französisch vermuten wir. Aber was soll er jetzt für einen Beruf machen? Denn bezahlen kann er die Ausbildung nicht. Er kann wohl einzelne Vorlesungen mal besuchen, so als Gast, aber eine richtige Ausbildung ist das nicht. Was macht man denn nun damals? Tja, hier ist die einzige Antwort. Man geht unter die Soldaten. Hier ist ein Bild von der damaligen Zeit. Schön, werden alle aufgereiht. Und dann geht's in den nächsten Krieg, wo es gerade notwendig ist oder wo der Landesherr oder der Kompanieinhaber es möchte, geht's auf. Und wer wiederkommt, ist natürlich eine andere Frage. Er geht zuerst nach Westen. Hier ist zum Beispiel das, was man kaufen kann, damals. Hier ist ein Flugblatt. Die Leute erfahren auch in der Heimat, wo sind gerade unsere Soldaten. Hier sind sie gerade in so einer holländischen, obwohl es das noch nicht so richtig gab, französischen Grenze. Sie sehen, die Stadt ist eingeschlossen, es ist eine Festung. Und hier ringsherum stehen alle Kompanien, die dahin geschickt worden sind, unter Prinz Eugen. Und wenn Sie es nachzählen, ist es sogar nummeriert, 86 verschiedene Kompanien und Armeen stehen da rum. Und wenn Sie nachsehen, werden Sie feststellen, aha, Nummer so und so viel. Anhalt Zerbs zum Beispiel. Nun war Schnabel nicht dabei, aber Sie sehen, wie weit der gekommen ist. Und das ist also für Diener Heimat noch zu erkennen. Wenn Sie sich jetzt wundern, weshalb hier unten nichts mehr da ist, muss ich Ihnen sagen, das ist das einzige Exemplar, das auf der Welt bekannt ist von diesem Flugblatt. Flugblatt, denn bezahlen kann man sowieso nicht, aber man hat mir eine Kopie gemacht. So, er ist Feldscher, nennt sich der Beruf. Denn so ein ganz einfacher Soldat mit einer Knarre, das möchte er nicht. Das braucht er auch nicht. Denn solche Regiments, Ärzte, aber Ärzte mache ich jetzt schon, richtige Ärzte sind das nicht, sondern sie heißen Feldscher. Und dieses im Felde sein und Scheren bedeutet ja in erster Linie einen Bart zu kratzen. Und Schnabel hat gesagt, er hatte auch Dienst bei Prinz Eugen und hat dem offensichtlich auch den Bart geschert. Woher wir es so genau wissen, er war eben über den normalen Soldaten. Er schrieb Tagebuch und er konnte auch später aus dem Tagebuch veröffentlichen. Der Feldscher, nebenbei erwähnen wir mal der Beruf von Friedrich von Schiller, ist auch Militärarzt. Wenn der seinen Ausweis ausfüllen müsste, stände auch Feldscher, wie bei Schnabel. Da gab es extra Bücher, die mussten aber nur ein bisschen improvisieren. Das ist ein böses Wort, wenn man das zu einem Arzt sagt, dass der da improvisiert. Aber es gibt eine genaue Anleitung, was er alles machen musste. Das ist seitenlang. Ich lese ihn mal so ein bisschen vor. Bei allerhand Stichen und Wunden, Beinbrüchen und Zerquetschungen muss der Patient dermaßen geleget werden, dass ihm das Blut nicht zum Herzen trete oder sich sonst wohin begebe und all da verstockt und verfaule. Er muss die Wunden mit Brand- oder Brunnenwasser, darin ein wenig Salz gelegt oder mit des Patienten Urin, welches fast am besten auswaschen. Nach diesen in die breiten Wunden etwa vier Tröpfchen zerlassenen Leim von einem Tischler schieben, das Papier darüber binden und nicht auftun, bis das Papier selbst herabfällt. So heilet die Wunde ohne Nachhelfen. Sie sehen also, er muss erst mal Tischlerleim haben, um die Wunden zusammenzukleben. Habe ich zwar neulich irgendwo gehört, dass es auch heutzutage schon Versuche gibt, so etwas zu machen, aber Sie können sich vorstellen, in der damaligen Zeit, ohne Hygiene, irgendwo auf dem Acker, da wird es kompliziert. Und wir müssen immer mal daran denken, nach einer Schlacht bis wenigstens 1870 gab es wenig Tote. Das Feld lag voller Verwundeter. Und erst nach drei Tagen vielleicht, wenn dann das Wundfieber einsetzte und die Menschen schrien, da wurde es eine reiche Ernte für den Tod. Und auch der, Herr Finn hätte ich beinahe gesagt, aber der Gründer des Roten Kreuzes ist auch erst dadurch gekommen, dass die Schlacht längst zu Ende war. Aber drei, vier Tage lagen die nicht verbundenen Verwundeten immer noch da und starben langsam vor sich hin. In der Anweisung für den Feldscher ist natürlich drin, am besten wäre es auch, wenn er dafür sorgt, dass gar kein Soldat erst verwundet wird, dass niemand mit einem Schwert oder was weiß ich auf den zuhaut. Und deswegen steht hier extra drin, für Hauen und Stechen. Kriegen Sie keinen Schreck, ist es aber das Original. Erstlich such einen Hirnschädel von einem Gehängten oder Geradebrechten. Da Moos drauf wächst. Wann du den gefunden, so merke den Ort und lass ihn liegen. Den anderen Tag geh wieder hin zu dem Ort und lege den Hirnschädel zurecht, also dass du hernach das Moos davon nehmen kannst. Als denn suche das Moos herab, bind ihn in ein Tüchlein und lass ihn in deinen Wams nähen. Unter dem linken Arm aber doch, dass du es nicht siehst und auch kein anderer, wo es hingekommen ist. Trag es also bei dir, so kann man dich weder mit Schießen, Hauen oder Stechen verwunden. Sie sehen, das war Schnabels Umgebung. Und da hatte er natürlich auch eine Uniform zu tragen. Und für die Uniform gab es auch Vorschriften. Zum Beispiel in Stolberg, die mussten auch zum Reichsheer etwas stiften, nämlich Soldaten. Und da war vorgeschrieben, wie die aussahen. Schwarzer Hut mit weißer Schnur eingefasst. Ein rotes Halstuch, das zweimal um den Hals geht. Weißen Reiserock mit roten Aufschlägen und gelben Knöpfen. Noch einen Leibrock. Ein paar kalbfällende Hosen. Ein Hemd. Jetzt wundern sie sich vielleicht, haben die keine Unterhose? Nein, das gab es damals im Reichsheer nicht. Sie kriegten nur aus Kalbsfell eine Hose. Ich weiß nicht, was sie da nun noch reinstecken sollten. Vielleicht Papier. Aber das war sehr schwer für einen Soldaten. Und dann noch Tag und Nacht marschieren. Und dann noch ein Gewehr und ein Säbel umgeschnellt. Und das hat Schnabel mitgemacht. Bis nach Frankreich. Und von Frankreich wieder durch Mitteleuropa. Bis an die Weichse. Bis praktisch an die russische Grenze. Und dann wieder zurück. Und so ging die Zeit hin. Und er hatte im letzten Ende immer zu tun mit dem, was ich ihm gerade erklärt habe. Hier ist ein zeitgenössisches Bild. Hier oben. Was hat ein Feldscher zu tun? Also hier oben sind sie beschäftigt mit Einrenken von Gliedmaßen. Hier unten liegen sie irgendwie noch auf einer Bahre. Und dann gibt es ein Bild mit. Da steht hier dann der Tod und gräbt sie ein. Das hat er also gemacht. Schon wenn Sie so einen Arbeitstisch sehen von einem Feldscher aus der Zeit. Dann sehen Sie, es sieht vielleicht eher aus nach Sattler, Schuhmacher, Fleischer, Tischler, was weiß ich. In erster Linie sehen Sie Messer und Sägen. Das war Schnabels Beschäftigung. Und dann wurde er entlassen und ging in einen Ort von einem kleinen Land, nämlich Sachsen-Weißenfels-Querfurt. Und dort versuchte er nun als Arzt und Bader zu wirken. War aber schwer, weil eben Querfurt war auch eine Garnison. Und da war sowieso ein Feldscher. Und wenn die nicht im Krieg war, kriegte er auch kein Geld. War also angewiesen, dass die Leute kamen, um sich mal waschen zu lassen. Oder irgendwelche Wunden zu verbinden. Oder Salben schmieren zu lassen. Und die wollten natürlich keine Konkurrenz haben. Das war unmöglich. Das hatte man nicht gern. Auch heute nicht. Und jetzt wissen wir es nicht ganz genau. Wir vermuten es mal. Denn 1724 ist plötzlich Schnabel, Bürger in Stolberg und ist angestellt am Grafenhofe. Der Grund dafür ist sicher schwer heute zu erkennen. Aber so ein Feldscher war ja sozusagen, naja, man kann es schlecht vergleichen, so etwas wie ein Unteroffizier. Also ein verlässlicher Mann. Und die Gräfin von Querfurt war eine Tochter aus dem Grafenhaus in Stolberg. Das ist ja nicht sehr weit entfernt. Und sicher hat er da schon mal Briefe hingebracht. Und ein Feldscher kriegte dann auch noch eine besondere Beschäftigung. Der stellte für die Hofdamen so alle möglichen Schminken und, ich weiß nicht, da ich die Dinger nicht benutze, also Schönheitswässer und Parfüms her. Und das wird er da auch gemacht haben. Und so ist er hin und her gegangen. Und dann haben die gesagt, komm zu uns, in Stolberg ist schöner als in Querfurt. Noch zumal der Querfurter Landesherr verschuldet ist, sodass der Kaiser seine Kasse führen muss. Und so ist er nach Stolberg gekommen. Und hier ist das schöne Stolberg, oben das Schloss, so auf halber Höhe die Kirche und unten die Häuschen fürs Volk. Und da war Ordnung. Schnabel wohnte unten. Es ist sogar ein Haus bezeichnet. Da wissen wir es, da hat er gewohnt. Da wurde nämlich auch eine Druckerei eingerichtet. Und oben das Schloss, da hat er gearbeitet. Er musste jeden Tag da hoch. Schon allein nicht, um nur zu arbeiten, sondern weil er dort an der Dienertafel sitzen durfte und da Essen bekam. Und das war für einen Mann, der dann geheiratet hatte und mehrere Kinder hatte, schon ganz gut, wenn er da mitessen konnte. Und vielleicht war er auch sehr sparsam und knüpfte manches in sein Taschentuch und trug es seinen Kindern nach Hause. Denen viel bezahlt wurde an so einem Hof nicht. Und meistens war es ja so, wer sich nicht irgendwie selbst noch ein Geschäft machen konnte, ich nehme mal an, der Schnabel mit seiner ganzen Apotheke, also nicht Apotheke, sondern Schönheitsapotheke, denn ein Apotheker, der lebte ja in Stolberg und der hätte es sehr übel genommen, wenn nun einer auch noch anfängt, seine Arzneien nachzuahmen. 1731 erschien ein Buch. Das heißt, mit vollständigem Titel kann ich es nicht auswendig, aber es geht los, dass es, oder ich sage es mal so, heute sind einige Abenteuer drin von Schiffsreisenden. Und da stand drauf, dass das aber nicht ein Roman ist in dem Sinne, sondern es steht drauf, aus hinterlassenen Papieren, und die sind dann von einem gewissen Giesander sortiert und aufgeschrieben worden und bearbeitet. Und dieses Buch war ein ungeheurer Erfolg in einer Zeit, wo ja gerade die Leute wussten durch Robinson Crusoe, dass es tatsächlich da irgendwo in Hinterindien, nach Indien überhaupt hin und was da hinterher kam, das war alles sehr, sehr diffus im Verständnis, dass man da hingehen konnte. Man ging also von Deutschland nach Holland, siedelte sich an auf einem Schiff, das nach Ostindien fuhr. Und die Ostindische Kompanie war ein holländisches Unternehmen, hatte den ganzen Handel mit der Gegend unter sich. Und man kann sogar nachweisen, in Stolberg hat sogar ein Mann seine Frau verlassen, auf nach Indien, und dann hat man aber nie wieder was von ihm gehört. Schnabel ist da nicht hingegangen, sondern Schnabel hat ja dahin reisen können, mit Kraft seiner Fantasie. Für einen Schriftsteller und für einen Dichter ist es ja nicht schwierig, irgendwo hinzufahren. Dante war in der Hölle, das ist auch schwer, da hinzukommen, fallen die wieder zurück, alles aufzuschreiben. Und er hat ein Buch geschrieben, wo er gesagt hat, da ist eine Familie verarmt und die sind mit dem Schiff da hingekommen, haben auch noch Schiffbruch erlitten, sind da aber geblieben. Nun konnten sie allein, Mann und Frau, ja nicht so richtig vorwärtskommen. Das heißt, es ging schon, da wäre aber alles Inzucht gewesen und alles gegen Gottes Willen. Also haben sie noch ein Schiff wenigstens nachgeholt, sodass da sich so eine kleine Gruppe bildete. Und die wuchs natürlich auf dieser einsamen Insel und Schnabel hat das sehr geschickt gemacht. Schnabel hat in seinem Buch sogar die Landkarte dieser Insel veröffentlicht. Da kann man genau sehen, aha, da ist die Kirche, da ist der Mittelpunkt, da kommt das Wasser her, da sind Weinberge angelegt. Also man findet alles, was so einem kleinen Reich dazugehört. Und das stiftete jetzt sogar Menschen an, zu sagen, halt mal, der hat da schon draufgeschrieben, wo das alles ist. Dann fahren wir da hin. Es sammelten sich tatsächlich Menschen, die hierher wollten, die hierhin wollten. Und wo sie geblieben sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls der gute Schnabel schrieb, weil es so ein großer Erfolg gewesen war, sofort noch einige Fortsetzungen, die dann nach Jahren erschienen, bis 1744. Man muss allerdings sagen, den ersten Teil, die Insel Felsenburg, die ist bis in unsere Zeit gedruckt. Die gibt es sogar im Reklam neuerdings, schon seit Jahren. Das ist also wirklich gut zu lesen. Aber je länger das dann wurde, wurde es so ein bisschen so unwahrscheinlich mit Gespenstergeschichten und allen Dingen, die man zwar gerne liest, aber die sich nicht so dafür eigneten. Schnabel hat immer ziemlichen Humor auch. Auch wenn der so erzählt, kann der das sehr geschickt. Und das ist jetzt das berühmte Chris Goethe. Die haben das alle gelesen, wenigstens im ersten Teil. Er konnte Lebensläufe schreiben. Hier ist zum Beispiel die Geschichte vom Tischler Lademann. So etwas gibt es von einem anderen Schriftsteller nicht. Ich, Johann Bernhard Ladebann, bin vor 36 Jahren in einem Dorf unweit Altenburg geboren. Und jetzt erzählt er alles Mögliche. Und dabei stellt sich heraus, sein Vater hat wohl nicht so richtig... Na ja, der Vater wollte nicht richtig arbeiten, aber er war ein guter Kerl. Das auf jeden Fall. Er konnte mehrere Instrumente spielen. Und da die Menschen damals genauso viel Interesse an Musik hatten, aber keinen Rekorder und kein Fernsehen und noch nicht mal Internet hatten die. Also da war das schwierig, aber er brachte jetzt seinem Sohn bei, dass er nicht im Haushalt der Mutter helfen musste. Er konnte zwar zur Schule gehen, aber das Wichtigste war ein Hackbrett, ich sage mal heutzutage sowas ähnlich wie eine Zitter, Schalmai und auch eine Geige zu spielen. Und dann hat er geschrieben, denn Schnabel schreibt sehr gut, Und so sah ich denn schon in meinem zwölften Jahr einen musikalischen Fuscher, so ähnlich wie ein Ei dem anderen. Und das war natürlich für die Kirchenmusik nicht unbedingt das brauchbarste, aber der Pfarrer war mit einverstanden. Und jetzt ging es aber da vor allen Dingen, aber war ich ihm ein sehr nützlicher Bursche, wenn wir um die Neujahrszeit singen gingen und auf den umliegenden Dörfern das neue Jahr einsammelt. Dies währte gewöhnlich 14 Tage bis drei Wochen. Wir nahmen aber täglich selten mehr als ein oder ein halbes Dorf vor, und setzten uns nachher abends in die Schenke, wo ich gewöhnlich mein kleines Hackbrett und der Schulmeisters Geige aufzuheben gegeben hatte, fingen an zu singen und musizieren, nahmen uns auch öfter kein Bedenken zum Tanz aufzuspielen, denn da Alt und Jung über Geld gab und uns Virtuosen mit offenem Mund anstaunte. Von allem, was wir verdienten, bekam ich den halben Teil. Es müsste denn sein, dass der Schulmeister die Teilung nach seinem Gefallen gemacht hätte, wie ihn denn mein Vater, der sich nachher einst mit ihm zankte, deshalb eines offenbaren Betruges beschuldigte. Ich meinerseits war indessen vollkommen zufrieden, wenn ich, solange es währte, alle Tage acht, zehn, ja sogar bis zwölf Groschen verdienen konnte, wofür mir meine Mutter rote Brustletze, schöne Schuhe und Strümpfe kaufen musste, bunte Bänder aber bekam ich zur Genüge von den Bauerntöchtern auf den Hochzeiten geschenkt. Eines Tages kommt er in eine Buchdruckerei und sieht, da liegen so viele Liedblätter, die gab es damals auch zu kaufen. Und dann, da er lesen kann, guckt er mal nach. Das sind schöne Lieder, die kennt er gar nicht. Das erste, Lisettchen hat Studenten gut im Arm. Und so weiter. Das andere Lied, wer kann die kranken Jungfern trösten? Und so weiter. Das dritte, mein Hans kommt mit mir ins Korn. Das vierte, Eschmätzchen schmeckt wie zuckerkant. Sie sehen, es sind sehr schöne Lieder. Ich habe mich an das Volksliedarchiv in Freiburg im Reisbrau gewendet, um mal herauszufinden, ob die diese Volkslieder noch kennen. Eins kannten sie, das klang so ähnlich, aber alle anderen sind unbekannt. Schnabel hat das alles, wie er das erlebt hat, aufgeschrieben. Und das war für die Leute schon immer eine Möglichkeit, etwas zu erfahren. Von den Romanen, die ja noch nicht mal unter seinem Namen erschienen, konnte er natürlich schlecht leben. Aber er machte etwas anderes. Da brauchte er zwar die Genehmigung des regierenden Grafen, aber man hält es nicht für möglich. Stolberg hatte in diesen Zeiten schon, kann man sagen, wenigstens ein Dutzend Jahre, wenn auch nicht alles erhalten ist, eine eigene Zeitung, eine Zeitschrift. Sie erschien anfangs einmal in der Woche, später zweimal. Hier hinten steht sogar drauf, wie sie heißt. Stolbergische Sammlung neuer und merkwürdiger Weltgeschichte. Jetzt sagen sie sicher, ja, haben die denn die da viel gelesen? Wenn es zwölf Jahre lang funktionierte, dann ja. Aber durch einen, sagen wir mal, kaufmännischen Kniff. Denn hier ist die Station in Stolberg, die gibt es auch heute noch, der Jägerhof. Und hier war ein Kreuzungspunkt wichtiger Postkutschenlinien. Von Halle, oder von Leipzig, können wir sagen, fuhr die Postkutschenlinie, eine jedenfalls, bis Stolberg. Und von Stolberg weiter bis Hamburg. So konnten diese Blätter auch in anderen Orten verkauft werden und auch dort Mitarbeiter finden. Das brachte zwar trotzdem nicht das große Glück, aber er hatte wenigstens so ein regelmäßiges Einkommen. Diese Zeitung gibt es nur noch ein einziges Mal. und deshalb habe ich mal angefangen, einen Teil der Geschichten in einem Buch zusammenzustellen und sie neu zu erzählen. Alles kann man nicht so erzählen, wie es damals gedruckt wurde. Dazu sind einfach zu viel lateinische, französische, sogar italienische Worte dabei. Aber das war eben damals für gebildete Leute, andere kauften sowieso keine Zeitung. Da war das eben eine Sache, naja, hat man gemacht. Und die Nachrichten sind hochinteressant. Als in Hamburg der französische Gesandte Poisson mit seiner Kutsche, die von sechs Pferden gezogen wurde, in eine enge Straße gefahren war, kam ihm der Wagen des königlich-dänischen Residenten samt Gemahlin entgegen, welche vergleichsweise diplomatische Konflikte hervorrief. Gesandter Poisson schickte eilig seinen Lakaien dem dänischen Widersacher entgegen, er möge den Weg durch die Gaste freigeben und rückwärts fahren. Oho, der dänische Resident machte umgehend aufmerksam, dass sein Gefährt bereits über die Hälfte des Engpasses zurückgelegt habe. Darauf befahl Poisson im Ministerrang seinen Bedienten, sie müssten sofort den Wagen des Widersachers rückwärts aus dem Wege schieben. Dabei brach eine Deichsel und die Frau des Residenten rettete sich aus der zusammenkrachenden Kutsche in das nächstbeste Haus. Jetzt wurden die dänischen Lakaien ziemlich ungemütlich. Doch bevor Fäuste und Fußtritte zu höheren diplomatischen Verwicklungen und europaweiten Konfrontationen geführt hätten, trennten das anwesende Hamburger Volk die Streithäte. Friedwertige Hände und Händler waren dort schon immer viel beliebter. Das sind Nachrichten, wie sie auch manchmal heute noch in Zeitungen stehen. Aber da will ich jetzt nichts weiter finden. Und die sind aber amüsant, wenn wir die heute lesen. In Hauptstadt, Entschuldigung, in Hemdstedt, englische Grafschaft Herford, war es nach vielen Jahren nicht zu vermeiden, den Dorfteich zu säubern. Wasser wurde abgelassen und darauf der stinkende Modder samt allen entsorgten Gerümpel herausgeschaufelt. Welche Überraschung! Ganz unten im Schlamm lag eine Flasche und als sie abgespült war, buchstabierte man erstaunt, dieser Sekt sei im Jahre 1669 in den Teich geworfen worden. Die Versenker wollten angeblich herausfinden, wie lange sich das Getränk halten würde. Wie er aber geschmeckt hat, davon hat man keine Nachricht. Das ist jetzt der Originalwortlaut von Johann Gottfried Stabel zu dieser Frage. Aber nach 66 Jahren vermute ich, war damals auch kein einziger Flaschenwerfer mehr zur Stelle, um das Ergebnis seines Experiments zu referieren. Tja, diese Zeitschrift, muss man sagen, zweimal in der Woche, stellte er zusammen aus weltbewegenden Blättern, die nicht aus Stolberg kamen, sondern aus Hamburg zum Beispiel oder aus Dresden. Und so erfuhren die Leute in Stolberg und Umgebung auch, wir haben sogar noch Bildchen dazu gemalt, dass man in England sogar Wettläufe machte, um ein teures Hemd, um ein teures Nachthemd, was Besonderes. Diejenigen, die dann aber antraten, um zu gewinnen das Hemd, mussten nackt laufen. Ich weiß nicht, wann das jetzt hier demnächst ein Event wird. Man kann das ja hier auch machen, das finden Sie bestimmt genug dafür. Also, habe ich die Meinung oder die Ahnung oder ich vermute das. So, das ist also von ihm übrig geblieben. Dann kommt ein zweiter Roman heraus, der wird immer noch gedruckt und immer noch gelesen. Der im Irrgarten der Liebe herumtaumelnde Kavalier. Es sind lauter Liebesgeschichten, manche wirklich an der Grenze. Erzähle ich auch jetzt gar nicht, was die da alles machen. Aber das war vielleicht nicht sein Vorteil, dass er das gemacht hat. Denn da steht auch nicht drauf, von wem es ist. Es ist auch aus hinterlassenen Papieren. Und dann steht da, wird erwähnt, Graf von großes S, kleines T. Und das hätte ich nie gemacht. Denn die Leute, die das Titelblatt in die Hand bekamen, die haben garantiert gesagt, S, T, das kann doch nur Stolberg heißen. Und so hat er im Grunde für den ganzartigen Grafen dort oben, wo er eigentlich angestellt war und dem er seit Jahren bediente, hat er irgendwie einen Fehler gemacht. Vielleicht hat er es selbst nicht gemerkt. Auf jeden Fall wurde er danach von dem Hofe irgendwie gemieden. Und als der Graf starb, hat er sich bitter beschwert, dass er, was üblich war, keine Trauerkleidung bekommen hat. Denn den Hofbedienten wurde dann schwarzer Stoff zur Verfügung gestellt. Und er bekam das als einziger nicht. Obwohl er ja nun immerhin noch Anführer mit war, der Stolberger Schützengesellschaft und so etwas. Er war ein bekannter Mann in dem Ort. Er schrieb über Hochzeitsfeiern an der Stelle und wie man sich das geschmückt vorstellen musste. Er tat also wirklich eine ganze Menge. Aber er hat da irgendwas versiebt, was wir heute nicht mehr kennen. Wir wissen nicht, wann er gestorben ist. Wir gehen mal davon aus, weit ist er nicht mehr gekommen. Er ist, die Frau war schon viel eher gestorben. Die Kinder waren außer Landes. Aber wir haben vor kurzem Zeit eine Nachricht bekommen, dass in Harzgerode, das ist ja nicht weit entfernt, in der Apotheke noch ein Lehrbrief sozusagen vorhanden war und ist. Und da steht drauf, dass da ausgebildet ist, ein Sohn vom gestorbenen Hofkammerdiener Schnabel. Und das kann ja nur sein, das ist ausgestellt wohl 1748. Dann kann es auch nur sein, in der Zeit muss also Schnabel gestorben sein. Dass es noch Bücher gibt, die ihm zugeschrieben werden oder wurden, die viel später erschien, lag daran, dass er eben so gut schrieb und so gut erzählte und etwas zu erzählen hatte, was kurios und merkwürdig war, was man also gerne las. Und das wurde vielfach nachgedruckt. Und so ist ja eigentlich, wenn man ganz genau ist aus den Buchhandlungen, nie verschwunden. Denn auch dieses Abenteuer der Seefahrer hat Ludwig Tieg dann, fast 100 Jahre später, die Insel Felsenburg genannt. Und die Insel Felsenburg empfehle ich ihm zu lesen. Das könnte also eine gute Lektüre sein von einem Mann, der ein schweres Leben gehabt hat. Nicht einfach, aber wer hat schon ein einfaches Leben? Noch zumal als Schriftsteller. Also, ich wünsche Ihnen, wenn das Buch mal in die Hand bekommt, dass Sie das nicht ins Altpapier bringen, sondern das ist lesenswert. Aber nur der erste Teil. Und da habe ich auch keine Sorgen, denn der erste Teil wird heutzutage noch gedruckt und verkauft. Dankeschön.